Robert Lewandowski, 29, will weg von den Bayern. Diese Nachricht wurde den Bayern-Bossen von dessen neuen Berater Pini Zahavi, 74, jüngst übermittelt. Was fehlt Lewandowski bei den Bayern? Geht es um Geld? Wie funktioniert der Mensch hinter der Tourmaschine? Bild erklärt, was ihn antreibt und warum er den Abschied aus München will.